Hi, hier ist die Viri mit Viris Vision Quest. Ja, heute endlich mal wieder mit einem Review, mit einem Walkthrough, mit einer Vorstellung eines Tarots. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen und freue mich, euch das hier mal am Stück zeigen zu dürfen. Das ist ganz witzig, ich habe es einmal bestellt, das wurde dann irgendwie storniert, dann habe ich es vergessen und dann ist es mir eben wieder über die Füße gefallen, durch ja auch einen Review und ja, dann habe ich es jetzt eben zum zweiten Mal bestellt und jetzt lag es dann auch zwei, drei Wochen, einfach ja keine Zeit, man braucht ja auch ein bisschen Muse und jetzt habe ich da selbst endlich mal reingeschaut, noch nichts damit gemacht und ja, bin ganz schön begeistert von diesem Animal, von diesem Tier-Tarot, genannt Oriens oder Oriens, weiß nicht, wie man es jetzt ausspricht, von Ambi Sun, eine Künstlerin aus, ja, ich glaube Malaysia und so haben wir dann auch viele Tiere aus dem Bereich Australien, Neuseeland, ja, Pazifik hier auch dabei, ganz spannend und ja, große Box, stabil, mag ja am liebsten die mit dem Magnet, aber gut und ein schönes, ganz tolles Buch, schauen wir gleich zusammen rein, hier das Benjen, die Karten, also das ist gut gemacht, mir ist kleiner lieber, aber gut geht. Ja, das Buch sehr aufwendig, wie ich finde, ja, hier mit so Glanzpapier, da könnte ich mir auch vorstellen, dass man das eben hier eher matt gestaltet, aber sehr gut gemacht, Fahne, so das übliche Einführung, auch Legesysteme und dann vor allem schön geht es dann los mit der großen Arcana und dann werden hier erstmal alle Tiere, der großen Arcana beschrieben, nur die Tiere und dann gibt es immer eine, ja, Doppelseite für jede Karte und die Beschreibung erst bezieht sich auch auf das Tier, dann auf die aufrechte Kartenbedeutung und hier wird auch die umgekehrte Bedeutung mit extra mit reingebracht und das wird so für dann auch die kleine Arcana fortgesetzt, also immer erst hier die Stäbe zum Beispiel, auch hier erst die Tiere, Ass 2, 3 und dann eben die, auch hier genauso ausführlich die Beschreibung der einzelnen Karten. Also ein wirklich gutes Buch, ja, das Ganze halt auf Englisch wie so oft, da ist der Markt, denke ich, einfach eben, ja, klar, Größe und vielleicht wird es das ja auch mal auf Deutsch geben. Ja, und ihr wisst, ich bin ja Krafttier-Fan und dann immer auf der Suche nach solchen Tarots und das ist ein besonders schönes, ja, auch der Karten-Karts-Dock hier mit dem Silberrand, die Qualität der Karten, hier eben wunderbar matt, ja, und die Rückseite, ich bin ja auch ein Rückseiten-Fan, ganz toll und auch, ja, matte Qualität, gute Qualität, passend und, ja, schauen wir jetzt in die Karten rein. Einen Durchlauf hier. Es beginnt die große Arcana mit dem Narren und eine Meeresschildkröte, die, eine kleine, die hier geboren wird. Der Markier mit der Schlange und ein Schwert, natürlich auch den vier Elementen hier. Die hohe Priesterin wird hier mit dem Wolf assoziiert und Wolf ist ja auch, wissen wir, immer stark mit Mondenergie verbunden. Die Herrscherin hier mit dem, das ist, glaube ich, ein Reier oder ein Kranisch, da kenne ich auch so biologisch die Unterschiede noch nicht so im Einzelnen. Ja, wie schön hier auch vor diesem, ja, Mond oder Sonne. Der Herrscher mit dem Elefanten und der Sonne. Ja, ganz interessant, der Hierophant wird hier als Widde dargestellt, finde ich ein bisschen schwierig vielleicht zu interpretieren, der hier vor diesem Dreieck steht und zwischen diesen zwei Säulen diese Verbindung zur höheren Ordnung darstellen soll. Also nicht jedes Tier erschließt sich unbedingt für mich jetzt so zur, eben zur Karte. Wir haben hier die Liebenden mit, ja, das sind so, sind keine Seepferdchen, aber die sind verwandt mit den Seepferdchen. Dann haben wir hier eben zwei. Der Wagen ist hier ein Harpienadler, der, glaube ich, in Südamerika, Mittelamerika vorkommt. Die Gerechtigkeit mit, hier mit der Acht übrigens, da gibt es hier Acht, Elf, wird ja auch in den Tarots unterschiedlich gehandhabt. Ja, hier die Acht mit der Eule, sehr passend. Neun, der Ermit mit dem Luchs, auch eine, finde ich, sehr, sehr passende Verbindung hier mit dem Luchs. Habe ich auch ein Krafttiervideo schon mal gemacht, auch über die Eule. Einfach mal reinschauen, manche Tiere gibt es da schon als Video. Zehn, das Rad des Schicksals, auch ganz interessant mit diesem Scalabayus. Wow, starke Karte, die, jetzt hier die Stärke ist hier die Elf. Ja, das kann ein Vapiti, es kann ein Karibu, so steht es im Buch sein. Also auf jeden Fall so eine nordamerikanische Hirschart, sage ich mal. Also Hirsch finde ich auch ganz passend hier. Der Gehängte, das ist ein sogenannter Silberaugenvogel, irgendein kleiner Vogel, der hier ins Netz geht. Der Tod, das sind, weiß ich nicht mehr, wie die heißen, die Fische, Moment, 13. Man muss es schon ein bisschen auch hier mit beschäftigen, mit den verschiedenen Tieren. Ach ja, ein Axolotl. Eine Art Salamander, die hier nur an einem bestimmten Ort in Mexiko, in der Nähe von Mexiko City vorkommt. Die Temperance, eine Krabbe, auch hier eine Südseekrabbe, auch hier schön in diesen geometrischen Elementen ein, nicht eingeschlossen, aber es sitzt sie davor. Der Teufel hier mit der Gottesanbeterin, der Turm mit diesem Feuerfisch, ganz passend auch. Die, äh, Quatsch, die, der Stern, die 17, mit dieser Qualle, ganz schön, die Qualle, die irgendwo im Meer hier scheinbar rumschwebt, aber eben auch ihre ganz eindeutige Orientierung hat. Der Mond, ganz typisch, auch in anderen Orakeldecks, gerne verbunden mit dem Hasen, äh, Hasenenergie, ja auch ganz starke Energie, man sieht oft nur den Angsthasen, aber es gibt eben eine ganz andere Seite auch des Hasen, auch hier gibt es bereits ein Video. Die Sonne mit dem Bibel, ist das der Bibel, dass ich auch hier richtig bin, nein, das ist ein Kaibara eben, der Bibel kommt an andere Stelle, das ist ein Kaibara, ein sogenanntes, ja, Wasserschwein, das auch, ähm, hauptsächlich in Südamerika wohl vorkommt. Hier ganz schön, Judgment, das Gericht, die Zikade, kommt auch in vielen Tierdecks vor, ganz, ganz spannende Energie, die Zikade. Die Welt hier mit den zwei Kois, diese japanischen Fische, die man ja auch züchtet, sehr teure Fische gibt es da auch, äh, ganz schön, sehr zutrauliche Fische übrigens auch im Vergleich zu anderen. Und wir kommen jetzt in die kleine Arcana mit, äh, den Stäben, das Ass der Stäbe mit der Libelle, mit einer, ja, durchscheinenden Libelle. Dragonfly, die Drachenfliege, der Coyote hat sie überredet, hat den kleinen Drachen überredet, seine Macht unter Beweis zu stellen. Zwei der Stäbe, das, äh, sind eine Art Eichelhäher, also vergleichbar mit unseren Eichelhähern. Die drei der Stäbe, das ist ein, ja, es ist kein Eichhörnchen, es ist ein Sugarclider, also so ein, ein, ein Beuteltier, das hier weit, äh, fliegen kann. Vier der Stäbe, äh, ein, ähm, Laubenvogel, Bowerbird, auch in Australien heimisch und heißt Laubenvogel, weil er eben diese wunderbaren, äh, eine Art Laube baut, als Balz, äh, Ritual. Könnt ihr euch mal bei, äh, hier bei Google mal reinschauen, sieht ganz, äh, interessant aus. Fünfte Stäbe, das ist, ja, sogenannte blaue, äh, Ozean, Fisch oder blaue Drachen, der Fisch nicht blaue Ozean, also das ist tatsächlich das ganze Tier auf jeden Fall. Auch in tropischen Gewässern, blaue Ozeanschnecke, so heißt das. Die sechste Stäbe, ja, wie wunderschön mit dem Pfau, wow, und, ja, hier sieben der Stäbe, das ist irgendwas ganz winziges, äh, ja, Milbenartiges, ein Tadi, Great, ähm, keine Ahnung, wie das nochmal auf, äh, Deutsch heißt, also ganz mutet etwas seltsam an in diesem, ja, Kartendeck insgesamt, dieses Tier. Die acht der Stäbe, ein Wanderfalke, neun der Stäbe mit dem, mit der Energie des, äh, Pferdes hier, ganz schön. Und zehn der Stäbe, ja, genau, das hier ist der Bibe, der Baumeister, der Architekt. Der Bube der Stäbe, ein, ähm, wie heißt der, rote, ähm, na, ich guck mal, Moment, ja, man muss schon, wie gesagt, Red Panda, genau, kommt in, in Asien vor, der rote Panda. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein Fuchs, der Ritter mit, der Stäbe mit dem Delfin. Und interessant sind die Königinnen in diesem Deck, das sind immer so ganz zarte Tiere, hier ein, die Königin ist hier ein Chinchilla. Und dann kommt ganz kraftvoll der König mit dem Löwen daher. Hier die Sortierung, Ass der Münzen mit dem Frosch, interessanterweise. Welcher Frosch, genau, müsste ich nachschauen. Interessant, die zwei der Münzen, auch ein Tier, ja, wie natürlich auch der Frosch, kommt in vielen Decks auch vor. Die sogenannte Bergziege, Mountain Goat, die eigentlich gar keine Ziege ist, es ziegenartig ist, aber eher mit den Gämsen zu vergleichen. Drei der Münzen, ja, die Ameisen, drei an der Zahl sehen wir hier, auch übrigens ganz, ganz interessante Tiere. Vier der Münzen, das Gürteltier, Armadillo heißt das, glaube ich, gucken, ja, aber Gürteltier ist auf jeden Fall die deutsche Bezeichnung. Die fünf der Münzen, ein, ähm, der Eisbär, Polarbär hier, der auf schmelzendem, hier auf so einem restschmelzenden Eis hier steht. Er kann aber schwimmen, denkt dran. Und hier, das sind Meerkatzen, die sechs der Münzen, glaube ich, in Afrika, Südafrika. Die sieben der Münzen, das ist der Rabe, die Rehe kommt auch in diesem Deck vor, hier wird also auch unterschieden. Raben, finde ich, erkennt man am besten an dem leicht gebogenen Schnabel. Die acht der Münzen, das ist, ähm, ein, Bajawebe, auch der so ganz interessante, ja, hier solche hängenden Nester hier. Ähm, baut. Ganz kleine Vogel, auch Asien, Indien, die Ecke, kommt der her. Neun der Münzen, uns bekannte, einfach die Katze. Und, ähm, neun der Münzen, das war acht der Münzen, ja. Ne, neun und jetzt zehn, Quatsch. Ähm, mit diesem Wahl, das ist kein, äh, Bug, soll hier kein Buckelwahl sein, hätte ich jetzt vermute, das ist ein, ähm, Grönlandwahl. Der Bube der Münzen, hier mit diesem, mit dieser Heuschrecke. Nimm an, das ist eine Heuschrecke, es kommt nämlich auch noch eine, oh, wie heißen die vor, kommt dann. Der Ritter der Münzen mit der Biene, oder den Bienen, ja, das ist wie bei den Ameisen, das gibt es eigentlich nicht einzeln. Ja, hier auch die Königin der Münzen, ein zartes, aber wehrhaftes Geschöpf, das Alpaka, sind wir wieder hier in Südamerika. Der König hier mit der Münzen mit dem Stier. Und wir kommen, ja, zu den, äh, Kelchen, Element Wasser. Das hier ist ein Otter, Ast der Kelchen, mit dem verspielten Otter, mit dem neugierigen Otter, der nicht neidisch, nicht eifersüchtig ist. Zwei der Kelchen, ah ja, wie schön auch hier mit den Pinguinen, die sich hier fürs Leben verbinden und große Verantwortung übernehmen. Drei der Kelchen, das sind, ähm, wie heißen die, keine Chipmunks, aber so ähnlich, ähm, Moment. Und Quokas, ja, das sind auch irgendwelche kleine, kleinen, äh, Beuteltiere, die in größeren Gruppen zusammenleben. Äh, es gibt hier viel zu studieren. Vier der Kelche, diese, äh, Nautilus, Millionen, unendliche Millionen Jahre alt, dieses Tier, auch immer sehr faszinierend. Fünf der, ähm, Kelche, ja, jetzt haben wir hier, ähm, auch, äh, verwandt mit Grashüpfern, Heuschrecken, also den Unterschied, dann, den muss ich auch hier nochmal, äh, erkunden. Sechs der Kelche mit diesen Gulabi, ähm, Ziegen, ähm, auch, äh, Richtung, hier, Pakistan. Kommen die vor, ein Narwal hier, interessant, sieben der, äh, Kelche mit, der Narwal mit seinem, ja, Schwert hier, oder mit seinem, ja, mit seinem, wie nennt man das? Dolch. Acht, der, äh, Kelche, das ist kein Tintenfisch, das ist ja eine Sepia, ja, das, äh, da wird also unterschieden, sogenannte, ja, Kattelfisch, auf Englisch, auch, ja, verwandt eben mit den Tintenfischen, auch sehr intelligent, aber eine, äh, eigene, ich hätte fast gesagt, so hat noch neun der Kelche mit dem Pudel, mit dem Königspudel. Und die Zehn der Kelche mit diesem kleinen, ja, Wüstenfuchs, Fennekfuchs, gab's mal so ein Kinderelit, ich bin der kleine Wüstenfuchs, das ist der. Ritte der Kelche mit dem, das sind hier, ein Riesenschwarm, eine sogenannte Schule von Sardinen. Der Ritte der Kelche, ein, ja, Fantasievogel. Ich weiß gar nicht, ob's den wirklich gibt, auch das gilt es dann, ja, mal nachzulesen. Und hier die Königin der Kelche, das ist hier die Schnecke, wie gesagt, die Königinnen, irgendwie ganz, äh, zarte Geschöpfe, jedes Mal. Und hier ist auch der König, ein zartes Geschöpf, ein Flamingo. Und hier hält man vielleicht den Schwan immer nur für zart, aber er ist auch sehr wehrhaft, deshalb hier Ass der Schwerter mit dem Schwan, tolle Energie. Die zwei der Schwerter, das sind, ähm, wie heißen die, Moment, ähm, Ettafisch, ein siamesischer Kampffisch ist das, hab ich hier jetzt gerade, ha, siamesischer Kampffisch, zwei der Schwerter, na dann. Hier haben wir die, drei der Schwerter, die Schwalbe, vier der Schwerter mit dem Sloth, mit dem Faultier, und fünf der Schwerter mit dem Manta Rochen, Manta Ray hier mit seinem Stachel. Sechs der Schwerter, das ist, äh, ein Anglerfisch. Die sieben der Schwerter, das ist, da muss man ein bisschen suchen hier, da sitzt sie, das ist die schwarze Witwe, eine Spinne, die bekanntermaßen das Menschen nach der Paarung auffrisst, aber ich weiß nicht, ob sie das immer macht. Die acht der Schwerter, das ist ein Maulwurf, ups, die neun der Schwerter, ein Tausendfüßle, und hier, ja, wow, zehn der Schwerter, der Seestern hier auf dem Rücken komplett, oder, naja, komplette Spur, doch einmal mittendrin, aber er kann sich regenerieren. Aus einem Arm des Seesterns kann ein ganzer Seestern wie der entstehen. Hier der Ritter der Schwerter, das ist, ähm, der Cucocatou, Cacatou, nämlich an sowas. Auch hier sind wir in, ups, Südamerika. Ja, der Ritter der Schwerter, ein Fliegenfänger, diese Vogel hier, die Königin der Schwerter, ja, wow, ein Kolibri. Und das bei den Schwertern, sehr interessant. Kolibri kommt, ja, fast überall vor, zumindest in den Tierdecks, in den Orakeldecks, wenn auch nicht auf der ganzen Welt. Auch hier sind wir in Südamerika vor allem. Und zum Abschluss der König der Schwerter, wie angekündigt, haben wir hier die Krähe. Bedeutung von Krähe und Rabe, es ist eine Familie, ist aber nicht die gleiche. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, ich bin sehr angetan von diesem Tarot. Ich hoffe, es hat euch jetzt auch hier ein bisschen Spaß gemacht. Und lasst gerne einen Like da, Rückmeldungen, Kommentare. Ihr wisst, Austausch ist immer gut, Kommunikation. Ja, und in diesem Sinne denke ich an euch, wünsche euch was und bis bald. Ciao, ciao!